Wann mal gucken. Ach du Scheiße. Neun Sehnen. Zwei Zahnräder. Neun Biosprit. Geil. Wir müssen nach Hause. Ich will alle wegkriegen. Dann gehen wir jetzt zu dem kleinen Tümpel da vorne. Hallo. Und willkommen zurück bei Subsistence. Die Nacht haben wir jetzt überstanden, haben ein bisschen gegessen. Und ich habe hier noch ein bisschen durchgebraten. Das ist mir aufgefallen, das ist mir noch nie aufgefallen, dass das Fleisch auch, wenn das schon kurz vorm Ablaufen ist, das Rohrfleisch, wenn du dann brätst, dann wird das während des Bratens auch schlecht. Das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Oder? Das ist nämlich schon öfter passiert. Wusste ich schon, ja. Ich dachte, das ist gerettet, wenn ich es brate. Gerettetet? Ne. Okay. Brauchst du noch ein gebratenet Fleisch? Ne, ich habe die Taschen voll. Okay. Räuchte ein bisschen Obst. Ja, Obst? Ich finde auch gelb. Ja, ne, gelb nicht. Ich hatte gerade noch irgendwas hatte ich. Du schaubst eine Erdbeere noch von gestern. Irgendwas hatte ich. Ich sehe, glaube ich, ein Obsidian. Obsidian. Oh, ja. Ja, kümmern wir uns noch mal ein bisschen um... Na, Lithium würde ich jetzt noch mal, wenn wir eh unterwegs sind. Ach so, okay. Denn das andere haben wir. Sicher? Ja. Aber Obsidian haben wir doch auch nicht mehr, oder? Ja, aber, also wir haben noch. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen weiter gefunden. Also wir können hier nochmal eine Runde drehen. Aber dann würde ich... Ich habe neun, oder so. Ja, wichtig wäre Lithium, weil das haben wir gar nicht. Ich habe noch ein Obsidian. Was ist denn heute los? Das fängt doch schon wieder gut an, wa? Komm mal hier hoch. Also eine kleine... Hier eine kleine Obsidian. Ich habe noch eins. Ich habe hier oben gar nichts. Ich habe noch einen Bär. Da oben ist eh zu hoch. Nein, das ist okay. Es ist einfach nur ein Fleck. Mann. Mann. Ja. Kupfer habe ich hier. Super. Ja, Kupfer ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Nee, 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 nee. Ich glaube, wir haben da auch noch 200 Stück von. Uh. Die waren entschmelzen müssen. Wen hast du nicht tötet? Den Gevatter. Den Gevatter? Den Gevatter Wolf. Nee, Gevatter Wolf ist nicht Gevatter, oder? Wiss ich nicht. Der Gevatter. Da war doch was von der EAV. Isegrim, oder? Ist nicht Isegrim? Ja, EAV, genau. Der Gevatter. Erste allgemeine Verunsicherung. Der kennt das noch. Oh. Was, wie haben wir das früher viel gehört beim Zocken? Als wir noch so normale Sachen gezockt haben. Oder ist immer noch der Bär? Nee, ich glaube, wir verschwenden mal nicht so viel Zeit, sondern ihn gleich zum nahestgelegenen, nahestgelegenen Lithium-Spot. Und dann müssen wir wieder zurück, weil hier das Flugzeug abstürzt. Pass auf. Das stürzt gar nichts mehr ab. Habe ich das Gefühl. Aber ihr habt ja geschrieben, dass einige Probleme haben. Mit Flugzeug, mit Tieren. Oh. Mit Tieren, die wegspawnen und so. Ja, ja. Aber ich glaube, so Server-Sachen wurden schon seit Ewigkeiten nicht behoben. Wir haben ja noch den Community-Server. Und da sind diese Startdateien und die grundsätzlichen Dateien für den Server sind immer noch von 2016. Oh. Und die Server-Dateien sind, also auf dem Server ist das ja auch anders. Man kann da keinen Monat verstellen, ohne sich den Spielstand kaputt zu machen. Man kann da, also das ist da schon ein bisschen anders. Hm. Ja, warte, also bist du jetzt schon auf dem Weg ins Lithium-Gebiet? Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Welche ist denn? Achso, ich dachte, über die Möcke jetzt. Das ist doch hier ganz ja noch nie. Achso, das kann ich nicht mehr weg sein. Wir kommen jetzt hier noch aus Lithium-Gebiet. Ach doch, ja, ich bin ja auf der anderen Seite noch. Ich bin ja hier hinten am Wasserfall-Delta. Und da fließen wir uns. Dann treffen wir uns an dem magischen Dreieck zwischen den drei Gebieten da, ja? Ich sag einfach mal ja. Na, da wo die drei Gebiete aufeinandertreffen, da. Da will ich jetzt nicht nochmal auf den Markt gucken. Ich geh einfach. Hauptsache, ich renne nicht in Puma. Ah, das kann möglich sein. Ich seh dich da hinten umherrennen, oder? Da rennt ein anderer Männlein. Das ist ein Bär. Könnt ich uns noch gönnen. Jetzt hätten wir nicht genug Fleisch in der Tasche. Oh, das ist ein Bär. Oh, shit. Shit, wenn ich nicht. Das ist aber jeden jetzt. Oh, du hast den angeschossen. Und der Puma. Der Puma ist ja auch. Ich komme von unten. Ich komme von da, wo der Bär herkam. Okay. Ich habe noch eine blaue Mund. Ja, nicht gut. Ich habe zwölf Seen in der Tasche. Wir können den doch stehen lassen. Wollen wir nicht einfach gehen? Ja, komm. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so gut schieße wie jetzt. Na, hier zappelt er natürlich den Berg runter, oder? Ja. Ist ein bisschen doof. Alles scheiße mit dem Ding. Oh, wo ist ein Reh? Sollte er heute nicht wieder despawnen, oder? Tod. Nee, jetzt nicht mehr. Eck wartet schnell. Ja, eigentlich, wenn man schon mal den Puma vor der Nase hat, dann sollte man den endlich auch machen. Oder? Auch nicht. Auch nicht. Ah, da grunzt er doch schon. Ah, ich weiß nicht. Ich gönne. Ja, aber ich habe doch Seen und der bricht mir doch bald. Guck mal, da ist doch die Base. Da können wir doch hinhüpfen. Ich denke, die ist kaputt. Achso. Ein bisschen. Ja, aber vielleicht hältst du ihn aus, ihn bis. Ach komm, immer mit mir wehren. Immer noch mit der Sprut, dann sollte er ja reichen. Wird heik gesehen neulich. Neulich. Gäste. Meiner war so ein Sicherheitsschuss. Ja, ja, ja. Ne, mach du den mal, weil ich habe wieder nur vier Seen drin. Fünf. Fünf. Da siehst du schon in einem Herzig. Gut, dann komm. So, ja, ich habe hier irgendwo ein Herzig gesehen, aber da. Das war ein Fallschuss. Das war ein Fallschuss. Das war ein Fallschuss. Ich glaube, das ist Metall, oder? Äh, Eisen. Oder ist es Kalium. Oder Kalium. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja, so, jetzt, äh, sollten wir da eigentlich... Wir sind... ...rind tauchen. Rind tauchen, genau. Jetzt sind wir da. Wasch ich mir noch mal die Finger an? Ich habe bloß noch eine... Ist hier Wasser? ...eine Flasche. Ne, aber komm, Vater. Ich wasch mir jetzt gerade mal die Finger. Mit meinem Wasser. Ui. Ja. Ich habe ihn's. Ach, schön. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Ja, dann können wir mal wieder eine Solarzelle und einen Türöffner bauen. Solarzelle haben wir gestern gebaut. Das brauchen wir nicht. Türöffner bin ich einverstanden. Ah, okay. Naja, die große Base muss ja regelmäßig... Besuche sind richtig und wichtig. Nachbarsbesuche. Mhm. Der Fels hier vor uns. Den gucken wir uns auch noch mal an. Oh, zwei Wölfe. Okay. Na, fett. Aber ich würde gerne hier noch gucken. Nur mal. Ja, ja, aber ich kam da nicht lang durch zwei Wölfe. Ich weiß nicht, wenn ich die Spitzhacke nicht in der Hand habe beim Gucken, denke ich immer, ich sehe nichts. Ich habe noch ein Lithium. Du hast heute ein glückliches Häckchen. Das stimmt. Ein glückliches Spitzhäckchen. Das ist selten. Das ist schon wieder Dreckhäckchen. Ich habe noch eins. Nee. Aber Eisen nehme ich trotzdem. Aber Viecher haben wir heute echt viele. Na dann töte Viecher, ich suche Erze. Ein einziger Bär. Ah, für den brauche ich eine Weile. Das ist ein Brauni. Au. Oh, scheiße. Jetzt musst du mir helfen. Oh, jetzt. Ich bin irgendwo hinter dem Felsen. Nee, was? Du brauchst mir doch nicht helfen. Na, halt gut. Ich dachte, der stürzt sich gleich zum Zweiten mal volle Pulle auf mich. Ich habe noch eins. Das läuft doch. Dafür habe ich noch eine Menge Fasern. Da habe ich auch viele. Ich habe auch schon Seile hergestellt über Nacht. Ein bisschen. Ah, holzacken können wir einander mal. Ja. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich habe erst 400 gehabt. Da hatte ich schlechte Laune danach. Dabei und danach. Und nächsten Tag noch. Dabei und danach und nächsten Tag. Nur vom Holzhacken ist es so. Aber wisst du, manchmal ist es auch so, wenn ich alleine bin und du nicht da bist und ich gehe den Holzhacken, dann mache ich mir laut Musik an auf meinen Kopfhörern. Den höre ich zwar immer nicht, wenn ein Wolf brüllt oder wenn ein Jäger nachlädt, aber ich habe gute Laune beim Holzhacken. Ja, also man kann ja auch das Spiel so ein bisschen zum Entspannen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber zum Runterkommen vom Alltag nehmen. Also dafür bietet sich das ja an, so ein Grindspiel. Aber wenn du jeden Tag gar keinen Bock auf sowas hast, dann rennst du eben am liebsten rum und würdest ein bisschen ballern nur. Ja, machen wir ja. Also ich glaube, wir haben eine ernsthafte Mischung für uns gefunden, dass uns nicht langweilig wird. Ja, Sabsi ist ja eigentlich auch nicht unbedingt langweilig. Du kannst es immer spielen. Klar wird es wahrscheinlich irgendwann mal jedem so gehen, dass man sagt, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich kann es nicht mehr sehen oder nicht mehr hören. Aber grundsätzlich kannst du es eigentlich immer anmachen, ein paar Runden drehen, ein bisschen zur Ruhe kommen. War das ein Eisen? Da hängt ihn ganz oben am Berg, da komme ich aber nicht ran. Jetzt renne ich nochmal hoch. Ja, aber vielleicht ist es ein Lithium. Welche Höhe war denn das hier so? Oh Gott, ich sehe mich doch hier stürzen. Ah. Nope. Guck mal hier hoch. Ich höre dich doch. Ja? Siehst du das Ei ernst? Ich weiß nicht, wo du bist. Da drüben. Hier so irgendwie auf der Höhe ungefähr? Guck mal hoch. Ob da hing was? Das sah aus wie ein Lithium. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Ich weiß nicht, ob es ein Lithium ist. Okay. Na dann gebe ich mir auch keine Mühe. Na hier kann man aber... Oh, schon, wie hat man ihn gebrochen, ey. Na ja, was du hüppst du hoch? Du bist ein Cliffhanger. Ich dachte, man kann hier an der Kante. Guck mal, hier ist doch so ein Überstand hier. Na ja, wir versuchen es nicht. Doch, wir versuchen es. Aber du hast halbe Leben, Hörf. Ja, ich muss erst mal so ein Knackding anlegen. Ja, und dann fällst du wieder runter. Und tust dir so weh. Wir kennen vorher im WD-Pack. Wir haben es doch. Was ist denn das eigentlich so leise hier? Der springt. Wir hatten gestern ja wieder mal tolle Wetter. Ach, deshalb habe ich es noch so leise. Stimmt. Leider nimmt er das nicht. Aber kann man sich da nicht auf den Vorsprung fallen lassen? Ich möchte das nicht probieren. Ich habe die Sehnen. Wenn ich die Sehnen habe. 17 Stück. Ich möchte die nicht halbieren. Ja, das wird keiner. Hier ist schon wieder ein anderes Gebiet. Ich glaube, das Eisen. Das Lithium hat ja doch immer noch so einen leichten Grün. Schau mal, ne? Ja, das blinkert ein bisschen. Glitzert so leicht. Wir müssen eigentlich so Richtung Osten ein bisschen. Also wir glotzen aber nicht jetzt jeden Stein an. Nee, die Flachen so und so selten. Aber ich habe eigentlich schon für gering schon eine ganze Menge gefunden. Achso, ich bin schon wieder aus dem Libi draus. Hier muss ich wieder rin. Nur noch kein Flugzeug. Nee. Ich glaube, nachdem das die letzten Male oft durchgeflogen ist, auch als wir gebaut haben, hast du dir glaube ich sogar zweimal durchgeflogen. Ja, stimmt. Ohne überhaupt einen Fuß auf unsere Map zu setzen. Oder ein Rädchen oder ein Flügelchen. Ja, wenn denn wohl eher bei den Größeren, ne? Oh, ein Kupfer. Schön. Endlich, Mann. Na, er zeigt schon wieder heute eine ganze Menge. Auf einige Steine ist jetzt auch ein bisschen tricky, rufzukommen. Tschüss. Dann rennst du hier um drei Steine und dann ist auf jeden Fall hinter dir in der Kiste und dann bist du da wieder abgelenkt. Das ist wie beim Aufräumen manchmal. Dann willst du aufräumen, dann kramst du nach links, dann kramst du, dann findest du da was, dann nimmst du das in der Hand und ach, guck mal hier und oh, und schon bist du abgelenkt. Ich räume einfach nicht auf. Haben mir nie so passiert. Oh je. Achso, du kraust da oben rum. Ich bin hier unten. Hast du überhaupt schön ein Lithium? Eins hab ich. Ein Lithiumbrocken? Ja. Wie hast denn du den gemacht? Mit der Spitzhocke. Und da kam nur eins raus? Nein, ein Brocken mit drei Stück. Ich hab da richtig Glück gehabt. Auf den Kleen ist eher nicht so. Zwei Holzküsten nebeneinander. Siehst du? Das ist doch wieder abgelenkt durch sowas. Meine Taschen sind voll. Ui. Dann ist was. Hab ich gerade. Ich hab immer noch Essen. Hm. Hier ist was gespawnt, aber es ist nur ne Eisen. Nur Eisen ist auch nicht so schlecht. Ich zieh auf. In meiner Nase gespawnt gerade. Und hier ist noch ein Lithium. Ui. Guck mal, wie schön. Ich sag schon 15. Oh, mit meinen sind schon 18. Schön. Was für ein Ausflug heute. Oder Rückweg ist es ja eher. Nee, ich weiß nicht. Das zieht mich immer wieder hier hin. Ich hab kein Wasser mehr. Und ich hab Dreck hier. Ich hab noch Wasser, aber hier ist doch irgendwo hoch. Wasser, See. Hier unten. Bei mir. Aber du bist ja weiter weg, stimmt. Ähm. Nope. Aber hier ist auch wieder ein bisschen was an Loot. Also ich achte jetzt nicht so doll jetzt auf Kisten, aber stolperst doch oder das ein oder andere Mal über eine Kiste. Shit. Naja. Liegt noch drin? Aber ist eigentlich eine ganz schön große Fläche und für geringen waren jetzt doch ein bisschen mehr. Ja, aber du findest ja mehr andere Erze als die. Ich bringe doch hier hoch. Das sind die hier. Das ist Kalien, ne? Ich hab noch eins. Na, siehste. Ich nehme auch nur Eisen mit. Eisen vielleicht noch ähm, die blaue hier, Zink. Oh, mehr nicht. Meiko. Oh, die durch Kiste. Oh, wie. Ich hab die Dietrich. Aber ich bin voll. Na ja, müssen wir mal gucken. Das ist doch irgendwie was am Amfen. Ich kann drei rohe Fleisch erst noch mal. Ich hab nicht mehr zu trinken. Das ist ein bisschen doof. Dann kann ich mir ein paar Verbände bauen. Ich hab wieder einen Platz frei. Den könnte ich noch... Ach, halt doch die Backen. Ja, mach ich. Okay. Ich hab ja... Jetzt ist er hinter mir. Ah, wahrscheinlich. Okay. Oh, oh, ich hab ganz viele Tiere hinter mir. Wo muss ich denn lang rennen? Ähm. Ein bisschen nach links. Jetzt hinter dem Fels links runter zu mir. Hab ich den Puma? Ne, du hast nur einen Wolf. Okay. Ein Dreier. Der läuft aber langsam. Wollen wir den töten? Aus Rache? Ich hab zwei Wölfe. Okay, ich hab den Dreier schon. Hab auch einen. Der kommt ja immer noch. Du hast ihn schon kalt gemacht. Oh. Ja, mein Heik hat ihn gemacht. Oh, mein Heik auch. Okay, ich nimm nur noch Fett und Stoff mit. Hast du hier sehen, wo die Kiste lag? Mhm. Ja, du musst eh herkommen. Kurz auf den Map gucken. Wir müssen... Wir müssen denn weiter. Ja, ja, wir gehen jetzt auch. Was ist denn das? Na, ein bisschen was nehmen von mir hier. Ja, ich kann Zahnräder, Bretter, elektronische Bauteile, Heilkräuter. So viel ist da eh nicht. So, ja. Ist bestimmt wie eine Popelkiste. Wollen wir mal gucken. Ach, du Scheiße. Neun Sehnen. Zwei Zahnräder. Neun Biosprit. Goal. Wir müssen nach Hause. Ich will alle wegkriegen. Heil. Dann gehen wir jetzt zu dem kleinen Tümpel da vorne. Mhm. Nordwesten. Und dann... Und zu Hause wollen wir noch den Glastisch vielleicht bauen. Ah, nee, nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Nee, ist auch gleich dunkel. Ich hab schon Angst. Das bereite ich vielleicht vor, sodass wir den zusammenbauen. Aber ich weiß nicht, ob wir schon zu morgen... Ich muss erst mal gucken. Das dauert doch ein bisschen. Ich muss ja erst mal von der Regierung die Ernehmigung holen, wo der hinzustellen ist. Na da, wo war ich da? Alter, ich hab 26 Sehnen in der Tasche. Da ist ein Lagerfeuer. Ja, und gehen wir halt da und machen mal die Platz. Platz. Aber ich glaube, ich fährt... Ich glaube, ich bräuchte mal was zum Händen wahrscheinlich. Das Wasser ist erst da hinten. Na los, komm denn. Die sind da alle nackt. Harakiri. Nee, Ena ist immer mit dem. Ehen habe ich. Ich auch. Zwei. Drei. Bist du. Oh, jetzt hätte ich fast auf dich die Schuss. Ich auch. Okay, Anrad. Nochmal. Ich hab zwei. Ja, nur drei. Ich hab ein. Oh, Ena angelt wieder irgendwo. Und treffen wir unten. Na, das bin ich auch dran. Ich muss das auch hinwaschen. Na, dann los. Ritsch, ritsch. Hände waschen und dann nicht so weit links halten, na? Oh, da ist er. Da kommt er. Hast du recht gehabt. Mhm. Oh. Würde ich gar nicht schießen brauchen. Ehen, Schluss wieder, ey. Natürlich. Und das noch mit der Pupelwaffe. Nee, du hast zweimal aufgewertet. Jaja, dreimal. Ja, eben zweimal Schaden und eben mal Nachlade, oder? Nee, dreimal Schaden. Keinmal Nachlade. Dann hast du ja schon eben mal neun Seen ausgegeben. Bei der weiß ich nicht. Warte, die kostet. Ja, na klar. Neun Seen. Bei der doch nicht. 20 Kristalle? Doch, doch, bei der. Ist bei jeder anders. Das weißt du doch nicht. Doch, das weiß ich. Ach, das weißt du nicht. Auf dem Server habe ich die Euro bewertet und will das dritte Mal machen und das ist mir sehr teuer. Ich hab mir das alles alleine besorgt. Ja, ja. Doch, aber ich will das dafür nicht verschleudern. Boah, guck mal, wir schaffen das gerade so nach Hause. Ach du Scheiße, unsere Hühner. Ja, na mal gucken. Die sind alle wieder platt. Hundertprozentig. Vielleicht? Ich hab die zwar vollgemacht, als war los. Ja, dann reicht es. Einen Tag halten sie aus. Die Hühner. Die Hühner vollgemacht. Oh, das sieht ja schon zwei Tage jetzt. Der zweite Tag ist um. Wir haben das schon mal reingewacht. Die waren ja noch nicht weit. Nee, war nicht frische? Ja, drei, vier, fünf oder so. Nein, nimm dich. Oh, Eidelbeere liegt da noch. Kann ich nicht mitnehmen. Na, naja, dann haben wir ja echt die Taschen heute voll. Ja, vor allem auch wieder einen schönen Schwung sehen wir heute. Und dennoch in der Dietrichkiste so viel drin. Das ist schon geil. Ja, und in der Dietrichkiste hatten wir ewig keine Sehnen mehr. Ja, wenn denn mal drei oder vier oder so. Aber gleich, was hast du gesagt, neun? Neun. Das ist krass. Ja, das ist krass. Nö. Da war erst mal ein Schlückchen Tee. Teechen, ne? Ach, schon Fett habe ich. Ja, ich wollte auch noch den Madenbaum machen hier. Machen wir wieder einen Madenbaum, siehst du. Aber wir kommen ja jetzt nur noch zwei vorbei. Sag doch, die Klopfer fehlt hier doch. Nini. Fehlt hier einfach. Doch. Merkst du schon die schlechte Laune wiederkommen. Ich koch sie schon. Das Einzige, was wir natürlich viel finden, weil wir in der Region sind, ist eben Silizium. Davon haben wir wirklich viel. Wir müssen in der Region von Lithium ein Haus bauen. Oh ne. Ne, wa? Wir wollen jetzt nicht noch irgendwann mal irgendwo noch irgendwie was. Ne, geht nicht. Wir können nicht bauen. Das ist das Problem. Also, wir können nicht normal bauen. Holzwand, Holzwand, Fundament, Dachhof, Kiste, Renn, Ofen, Renn, fertig. Nein. Wir sind da immer anders. Das artet dann überall aus. Ja, deshalb stehen ja auch alle Ecken offen noch. So, jetzt ist ja das Kloster, aber... Der ist ja hoffentlich nicht noch ein Tier irgendwo unterwegs. Doch, ein Wolf. Kommt hier vielleicht sogar entgegen. Nö, ich bin ja drinnen. Der kann nicht, der kann nicht gar kein mehr. Nee, du hast recht. Der kann nicht mehr. Hat sich halt aus, der kann nicht nur noch nach Verwesung. Oh, ein bisschen gekotet, aber... Oh, ein Eichen ist auch noch drin. Die können wir ausbrüten. Naja, setz sie ruf. Setz sie einfach ruf. Ob du denken, hier ist voll. Ich muss mal kurz Müse essen. Ach, jetzt müssen wir hier Fleisch rinnen. Oh, jetzt können wir erstmal wieder Öfen anzünden. Wir haben... Ah, wir haben keine Anzünder. Ich habe hier mal Streichwalzes. Okay, das ist schön. Das mache ich mal hier rin. Streichhals und... Ja, Cola haben wir auch nicht. Bei der Attacke, da muss er zugehen. Den Anzünder müssen wir uns bauen. Mhm. Ich mach... Machst du das, ich mach? Mach ruhig. Ich hab kurz aus und dann will ich das Fett drinlegen und mich daran erfreuen. Ich hab auch 23 in der Tasche. Ach, scheiße. Das ist schön. Ich hab 18. Und hab noch Money für dich. Dann brauchen wir mal die Zahnräder da. Oh Gott, wir haben 101 Zahnräder wieder. Plus meine 4. 105. Schöne Zahl. So, jetzt ist mein Holz auch schon wieder alle. Oben schaffe ich vielleicht noch. Dann kann man ja so ein Heizding hier rausnehmen. Für den oberen Ofen. Aber ich glaube nicht, hast du schon irgendwo Fett drin, nicht nur? Nein, mach ich jetzt. Okay. Ich schmeiß hier drin und bleiben noch 3 übrig. Müssen wir oben ohne welche drin packen. Ich hab hier 18 drin geworfen. Achso, mehr hattest du nicht? Nee, 18. Immer noch. Also jetzt... Da haben wir fast 40. Doch. 41. Aha. 23 und 18. Die 40 Fettstellen. Ich hatte aber lange in der Hau. Sind beide Öfen randvoll jetzt. Mit Fett. Ist ja geil. Unser Lithium schmilzt schön und Obsidian schmilzt schön. Na ja. Oh, geh mal... Geh mal an unseren... Oh, komm mir mal meine Flaschen voll Wasser an unserem Wasser an. Ja, das mag ich auch. Achso, Lithium. Ah, geh mal hinterher schmeißen. Ich hab ja auch noch was in der Tasche. So schöne, viele dezente Lichter hier. Durch das Einschmelzding. Und... Ja. Das sieht so emütlich aus. Blau, gelbe und Feuerlicht noch dazu. Krass. Schön. Ja, die Etage hier fällt mir gut. Und hier in die Ecken vielleicht noch was. Fällt mir auch noch was Dummes ein. Schlafzimmer muss auch noch ein bisschen beleuchtet werden. Dezent. Dann haben wir die Etage echt geil. Wir könnten ja... Das einfach breiter machen. Und die große Treppe da hinten wegnehmen. Dann machen wir hier einfach zu. Nehmen die Treppe hier weg. Nein. Der Ärger hier ist wunderschön. Ja, den können wir ja lassen. Aber das machen wir dann hier einfach zu oben. Wie so eine Terrasse. Also Wintergarten. Die Treppe nehmen wir hier weg. Das glaube ich noch nicht. So richtig. Hm. Hm. Und dann... Aber erst mal... Bin ich. Jude. Dann werden wir noch mal ein bisschen ausgehen, was machen für den Westen, was sammeln. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.